Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video über die sechs Lebensbereiche. Und das Video schließt ein bisschen an, an dem Video der tödlichste Fehler der Karriereplanung. Und da habe ich schon über einige der Bereiche gesprochen und hier möchte ich dir heute eine Möglichkeit an die Hand geben, eine Standortbestimmung zu machen, auch zu sehen, welchen Feldern du vor allem wachsen möchtest oder wo du vielleicht dich noch mit zu wenig Respekt behandelst im Moment. Mein Name ist David Polte, ich bin Fokustrainer und Führungskräftetrainer und dieser Kanal heißt Was zählt, weil es hier immer darum geht, was zählt wirklich im Leben und wie können wir das in den Fokus bekommen. Du hast einen besonderen Vorteil bei der Übung, denn wenn es dir gelingt, schon diese Bereiche in Balance zu bekommen, dann kannst du schon in jungen Jahren ein Glück und eine Gelassenheit im Leben erfinden, die viele Menschen spät oder nie erreichen. Und du hast noch eine zweite Möglichkeit, das mit einem Booster zu versehen, nämlich wenn du die Übungen mit einer Freundin oder einem Freund zusammen machst. Und damit würde ich sagen, lass uns rein starten, wie das Ganze funktioniert. Es macht also Sinn, bis zum Ende dran zu bleiben. Wir haben hier sechs Lebensbereiche und diese Lebensbereiche sind Liebe und Partnerschaft, Körper, Gesundheit, Karriere und Arbeit, Finanzen, soziales Umfeld und Sinn. Du kannst beliebig weniger nehmen oder mehr nehmen. Du findest bei jedem Persönlichkeitstrainer oder Führungskräftetrainer irgendwo so eine Übung mit fünf bis neun Kategorien. Häng dich also nicht dran auf, wenn dir eine Kategorie nicht gefällt. Aber die Idee ist schon, dass du, wenn du in einem der Bereiche so ganz unzufrieden bist, in der Regel nicht so gut durchs Leben kommst. Und wenn du in mehreren ganz unzufrieden bist, noch schwieriger. Wenn du hingegen in allen das Gefühl hast, im Driver-Seed zu sein, also dein Leben zu gestalten, wird es dir ziemlich sicher gut gehen. Und das Erste, was du jetzt machen kannst, ist, du kannst das auf ein Blatt Papier übertragen, hier eine Eins oder eine Null hinsetzen und hier eine Zehn und dann dir überlegen, wo fühlst, gefühlt bist du im Moment, wenn hier eine Skala von Eins bis Zehn ist. Und was dabei rauskommen wird, ist dann ein wie auch immer geartetes Gebilde, vielleicht so. So, und dann kannst du die, wenn du möchtest, noch verbinden und kriegst du ein Gebilde. Und jetzt siehst du schon, der Mensch, der das jetzt hier aufgemalt hat, hätte jetzt bei Finanzen einen, vor allem Nachholbedarf. Also da fühlt er sich unwohl. Auch bei Körper und Gesundheit ist es ja nur eine 5. Bei Sinn ziemlich viel, Liebe und Partnerschaft auch. Also dieser Person geht es ziemlich gut. Jetzt stell dir aber mal vor, jemand sagt, puh, also ich habe keinen Partner, ich ernähre mich nicht besonders gesund und mache keinen Sport, ich verdiene, mache Karriere und Arbeit komplett mein Ding, hier auch, soziales Umfeld sehe ich fast gar nicht, dann sehe dieses Feld so aus. Es kann genauso gut jemand sein, der sagt, ich empfinde sehr viel Sinn in meinem Leben, Partnerschaft leider nicht, ich studiere Philosophie, sitze nur, habe keinen Job, kein Geld und gehe ganz viel mit meinen Freunden aus. Dieses Feld sähe so aus. Also auch sehr aus der Balance. Wenn du das für dich gemacht hast, hast du eine erste Bestandsaufnahme. Und jetzt kann häufig, wenn man das das allererste Mal macht, Folgendes passieren, nämlich, dass unser Geist, dass also dein Geist in, bitte entschuldige die Windgeräusche von dem Papier, dafür ist es hier draußen und nicht in irgendeinem Raum, also, dass du das machst und denkst, um Gottes Willen, nirgendwo eine 10, ich bin ja gar nicht so glücklich. Und das soll natürlich nicht passieren. Und dem kann man ganz leicht entgegenwirken, indem du nämlich dich nicht auf das Defizit fokussierst, sondern dir sagst, mit einer leichten Frage, was ist schon da? Das heißt, du fragst dich in jeder Kategorie, vor allem auch in den Kategorien, wo du nicht so viel hast, was ist schon da? Was habe ich schon? Was ist schon gut? Wofür bin ich schon dankbar? Was ist schon da? Fragezeichen. Gut, wenn du das also das erste Mal machst und diese Frage benutzt, dann hast du jetzt einen, also bist du in einer positiven Stimmung, weil du dich auf das konzentrierst, was gut ist. Und jetzt überlegst du dir, was bedeutet eigentlich 10? Was ist dein Wunsch? Wie soll dein Leben sein? Woran erkennst du, wenn du bei Sinn dich sinnerfüllt fühlst in deinem Leben oder dich wirklich gut fühlst mit Freunden, mit deinem sozialen Umfeld und Familie? Das ist natürlich für mich immer enorm wichtig. So. Das heißt, du fragst dich, was bedeutet 10? Was bedeutet 10? Und jetzt kommt natürlich die Frage, mit welchen Wegen, welchen Schritten möchtest du mehr in Richtung 10 kommen? Diese Frage musst du aber nicht übertreiben. Du brauchst dir keinen riesen Druck machen oder riesen Maßnahmenpläne ausarbeiten. Die reine Klarheit, was 10 ist und wo du momentan stehst und dass eine Balance hier raus zu einem erfüllten Leben sehr, sehr schnell und sehr viel beitragen wird, reicht schon, um die richtigen Schritte zu gehen. Und deswegen ist die, eine letzte Frage, die du noch stellen kannst. Welche Überzeugungen führen dazu, dass du in manchen Bereichen ganz gut dastehst oder sehr glücklich bist, aber in anderen wiederum gar nicht und so, dass quasi die Gesamtlage nicht rund ist? Diese Frage kannst du auch noch mal mitnehmen, was du da identifizierst. Lass es los, weil es führt nicht zu einem erfüllten Leben und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Bin ganz sicher, dass du damit sehr schnell eine ausgeglichenere, rundere Situation findest. Und wenn du das vertiefen willst, dann habe ich noch für dich hier eingeblendet das Video Der tödlichste Fehler der Karriereplanung und außerdem mein Video zu dem Thema Gefährlicher Tipps von Erfolgsgurus. Arbeite hart, arbeite hart. Das ist nämlich, wie du siehst, ein wenig einseitig und es lässt sich schlauer anpacken. In diesem Sinne freue ich mich natürlich über ein Abo dieses Kanals und ein Like, wenn es dir gefallen hat.